Verona Poth verfilmt ihr Leben Die 49-Jährige hat gegenüber der Gala verraten, dass im kommenden Jahr ihr Leben verfilmt wird und man aktuell mitten in der Umsetzung stecke. Genauer ins Detail wollte sie allerdings nicht gehen. Was alles in dem Biopic vorkommen könnte? Tja, da gibt es so einiges! Die Ehe zu Poptitan Dieter Bohlen lässt sich sicher filmreich inszenieren. Aber auch Veronas Auftritte und Siege bei Misswahlen sowie ihre ikonischen Werbungen wären der perfekte Stoff für einen Film. Nicht zu vergessen die Ehe zu Franjo Poth und ihr Familienglück mit zwei gemeinsamen Söhnen. Ganz gespannt sind wir auch schon darauf, wer Verona Poth spielen wird. Ob sie vielleicht sogar selbst vor die Kamera tritt? Ihr wollt mehr krasse News zu euren Lieblingspromis? Dann abonniert unseren freshen WhatsApp Newsletter, damit ihr nichts mehr verpasst. Geht dazu einfach auf www.itsintv.de. Dort erfahrt ihr, wie es funktioniert.